Ich zeige Ihnen noch eine Kleinigkeit, die man zum Kaffee dazu genießen kann. Ein Brotschip mit Emmentaler-Schaum, Mango und Senf und dazu ein Voluto Decaffeinato. Dazu benötigen wir Weißbrot für Brotschips, Geflügelfond und Emmentaler. Für einen Emmentaler-Schaum Mango, groben Dijon-Senf für eine Mango-Marmelade, Petersilien-Kresse und den Voluto Decaffeinato. Für den kleinen Biss zum Kaffee einfach nur ein Stückchen Brot runterbrechen, etwas Mango-Senf-Kompott obendrauf, ein bisschen Käse, Schaum und etwas Petersilie dazu. . Untertitelung des ZDF, 2020